In bösen, dunklen, kalten Tümpeln, Wo alte Bücher Orm gebären, Die tief in toten Sümpfen dümpeln, Wo Bücherwürmer sich vermehren, Wo alle Fragen Antwort finden, Doch niemand seine Frage kennt. Dort soll sich jener Dämon winden, Den man den Bücherdrachen nennt. Die Bibliothek Das neue Buch von Walter Mörs Die Bibliothek